meine damen und herren ich heiße jeden von euch herzlich willkommen beim ich würde sogar fast sagen letzten stream auf twitch falls man den zuguckt ich werde nämlich rüber switchen zu youtube wesentlich besser beziehungsweise einfacher und dort ein bisschen fuß zu fassen weil auf twitch sind einfach zu viele leute unterwegs man hat zu viele events und hast du nicht gesehen was man zu starten kann aber youtube ist einfach sehr standard gehalten und ja ich genieße das jetzt mal hier den letzten stream hier drauf auf twitch und ja ich würde sagen dann nicht lange schnacken kopf in den nacken team team das match hardcore team das match und naja gucken wir mal was jetzt so ansteht waffen hat sich seit letztem eigentlich nichts groß geändert die mp7 natürlich gut die winchester dmr welche am level also schon 25 mit der 15 habe ich jetzt mit der 15 mit der hier mit der winchester habe ich letzte so gespielt ohne zu streamen mega den abschluss geliefert weil ich sogar bester abschluss leider natürlich wieder nicht aufgenommen wie immer man kann es ja so jetzt muss ich gerade mein audio hören naja gut der ping ist ja in dem sinne normal die verzögerung die zum server ist kann sein wenn warte schleife quasi hängst datenpaketen die du brauchst ist durchaus möglich weiß man halt nicht so ab dafür da kommen sie ich fange mit der mp7 an ganz entspannt ich muss erst mal ein bisschen fehlen wieder rein kriegen ich war es gestern etwas weiter weg entspannter ja klasse was ist super hingekriegt ich bin stolz auf dir oh tschuldigung 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 der muss ich der geht jetzt auf allen viert schon alter der hat schon fast kein leben mehr der ist der erste weg damit dem abschauen ich habe als sie kommen wir von hier oder prozentig das ist echt kacke gelaufen gerade feindlicher klaster schlag dann schlaufer noch direkt hin gott bin ich doof da laufen wir eben die andere richtung da war doch eine alter scheiße bewegung scheiße scheiße blöde scheiße ooooh wohnsohn ach klar ja logisch ne logisch logisch oha alter was machst du denn da kall sorry not sorry sorry oh ich rauch oh scheiße ui blöde ach zu spät er kann naja da hat er es versucht naja die scheiße ist wenn dann so viele leute hängen also liegen dann bist du schon am arsch weil du kannst ja gar nicht mehr sehen ob da einer ist da brauchst du schon Thermal oder so so marschflugkörper bereits zum start marschflugkörper dann holen wir den doch mal ne so und schön da renn hier ja ach jetzt hier baa alter schwede leck mich am arsch das war schon echt ein luckshot nein und der wusste direkt wo ich bin ey fuck alter leck mich am heck klasse ja wir machen klasse ich bin so stolz auf mich ich ne so das hast du jetzt davon ach fuck alter fast den herzinfarkt des todes gehabt jetzt ne scheiße ich bin direkt hinter dir giovanni zu spät gesehen zu spät gesehen einfach zu schnell ne korrekt digga ich hab voll irritiert durch diese roten Pfeile die da auf dem Boden gemalt sind alle legt mich am alle wandten herzinfarkt herzinfarkt gut doppel doppel äh äh Oh ja, 15 zählen, nicht schlecht. Ja gut, das kann natürlich auch so ein Trick sein. Wie mit der Impfung, dass du hinterrücks irgendwie gezwungen bist, das neue in Anspruch zu nehmen. Kann sein, dass sie vielleicht anders alles aufbaut oder das managt, ein bisschen effizienter mit dem Netzwerk umgeht, keine Ahnung. Ist aber egal, wie es trotzdem, wenn es so ist, ist es definitiv nicht fair gegenüber den Leuten, die jetzt normal PS4 haben oder so. Ja, ansonsten, wie gesagt, gucken. Oder du müsstest mal auf Facebook mal gucken, in so Gruppen schreiben und vielleicht sind es da irgendwie so bekannte Probleme. Vielleicht haben die auch Tipps, wie man sowas beheben kann. Vielleicht ist es ja eine Einstellungssache oder so. Das kann ja alles und nichts sein. Ja, ja, hol mal dieses FIFA 21. Das Scheiße, diese... Verzeihung, 22. Verzeihung, 22. Wundere, 20. 1, 2. So, was nehme ich denn jetzt? Ich will die MP7. Minchester. Ich würde die gerne levelen. Alter, wenn die schnell ist, ist das halt so verkehrt. so, dann gucken wir mal, ein sehr leichtes Gewehr die schießen da hinten alle wie bekloppte schon, alter, so richtig dumm uff, was passiert denn hier, was passiert hier gerade Diggi, Betäubungsgranate geworfen uff, ganz dünnes Eis, mein Freund, ganz dünnes Eis das war klasse, aber jetzt, warum bin ich jetzt genau da, wo er gerade hergeschossen hat der nette Herr der hat doch gerade von hier aus geschossen oder nicht, oder bin ich jetzt gerade irgendwie abhanden du Wichser, alter dreckiger kleiner Wichser lacht der da einfach um ich mach ja nichts besser so, ne mal, was bei der Windchaser noch so geht weil, an sich ist das eigentlich eine mega geile Waffe, ne wird sehr unterschätzt wir liegen in Führung, weiter weil die Waffe bietet halt einfach, aber die ist schnell einfach zur Hand haben, leicht vor allen Dingen klar, auf Range eine Frage, ob das ob das wirklich was für die als ob das wirklich eine Dauerlösung ist da war jetzt gerade jemand da hätten wir weiter nach links gucken müssen Scheiße doof gelaufen Feind am Bordell Feind am Bordell Hab Angst Hab Angst, hier wurde überall geschossen ah nein posttraumatisches Erlebnis ne, der ist tot ne, der ist tot ne, der ist tot ok 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 mk Feind am Bordell wo ist das verdammte Bordell, alter gut 4 Abschüsse habe ich schon gesehen oh, was war das denn versucht der Trickshot oder war der wirklich uff kann der denn jetzt her schon ein bisschen arg Respekt gerade obwohl ich jetzt sagen muss dass ich ja schon echt hart am Campen bin ne was ja eigentlich gar nicht meine Art ist eigentlich ja der hier geschossen hundertprozentig doch wieder hier auf irgendein Hannes bruder ey, was bin ich heute so Hannibal Lecter hat mich abgeklebt oh, hm oh Gäbe von hier herdeckung Gäbe von hier herdeckung Gäbe von hier herdeckung Boah, da hat er davon gekommen, BG Wer hat die hier beschissen? Was ist auch nicht Frage, ne? Wie sieht es hier aus? Campen normalerweise auch immer hier ist auf jeden Fall jemand Boah, boah, Kopfschuss, alter so ein scheiß Reddoller Könnt mich mal muscheln Feind am Kaffee Ihr Keks Oh nein Mach was Scheiße So ein dreckiger Kämpfer liegt der da mitten im Gang und keiner nimmt ihn weg Der hat so Schwein mit seiner Position und jetzt muss ich hier was draus machen Feind am Kaffee So eins Oh, der hat mich noch getroffen, Alter Fuck Scheiß Nachladen Mann Verdammte Nille, ey Sie habe die Hälfte geschafft Bewegung Wo ist er denn? Der ist doch da irgendwo Genau da wo er war Da sitzt noch einer Scheiße Puh Das war schon spektakulär Lade nach Ich nimm ich rush hier einfach vor Nein und ich habe noch voll daneben geschossen Ich Idiot Scheiße Ja, friss Granate Was ein Idiot, Alter Was Was Ja, warum bleibt ihr auch einfach da stehen, Alter Ich werde auch weggelaufen Wie dumm Das ist richtig dumm, Alter Bevor ich hier drauf gehen würde Ne Wegen der Scheiß Granate Das ist eine gute Falle Boah Rush ich mal hier rüber Wie sieht das hier aus Steht der wieder hier? Ne Tolle Tolle Wolle Da müssen sie doch hier irgendwo sein Hier Der hat sich doch vorhin hier drauf geblägt Ne Da war ein anderer Dach Uff Er hat mich gehört Er hat es gehört, dass ich da war Dann komm, leveln wir die MP5 noch ein bisschen War auch eigentlich schon mal ganz cool So, pass auf Leute Schade, dass man hier nicht markieren kann Hier ist noch ein Gefahr Oh, nützt alles nix Jawohl, doch Nützt was Du und so, Alter Ich hab dir Ich hab dir Alter Ist die Scheiße auf Range, Alter Du gehst ja kaputt Leck mich am Arsch, Alter Was will man damit reißen? Scheiße Ah, wenigstens da noch getroffen wurde Getroffen wurde Ich hab so diese böse Vorahnung, dass sie gleich Irgendwie so hier über das Feld da hinten rüber snipen oder so Aber wahrscheinlich hätte ich mit der Pistole mehr Präzision drauf, als hier mit der Ah, den hab ich jetzt aber Den hab ich jetzt grad so gesehen Feindliche Drohne über uns Habt ihr nicht gemacht Aha Aha Fenster oder Tür? Wo bist du? Schöne? Wie viel, wie viel Stütze? Oh Wo steht der denn da? Äh, unten Scheiße, er ist richtig scheiße Scheiße Kommt, Achtung Äh, ups Alter Bist du bis Wahnsinns, Digi Da muss ich aber los, Alter Ulan, ich muss los Alter, so viele Schritte Käpt'n weiß, es tut mir leid Tut's eigentlich nicht, aber mir scheißegal Du bist hinter mir, wer ist hinter mir? Aha Da ist er Camperbots Sehr schön, sehr gut Den finde ich für gut Ja, 12,8 Ja, 12,8 ... oder irgendwas, aber Ich denke, vielleicht ist es wirklich so, dass die PS4 einfach das Menschen ausgelegt ist Und nicht mehr einfach zu spielen Aber mach ich mal schon Bei der Stream bestimmt jemand Weiß da jemand was Vielleicht hat da auch jemand das Problem Nur halt, äh, eigentlich kann es echt an der PS4 liegen Weil, ähm, wenn die in der Stream habe ich ja das selten Problem Obwohl die PS4 mit Swords und 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 Mit Kabel angeschlossen Und trotzdem hängt das Spiel da Ich musste ja eben erstmal wieder gucken, ne DS4, ne Also 30-Zock Ja, aber falsche scheiß E-Mailer-Tracke läuft dann, ne Die hab ich durch VWI drin Ich hab's doch gefunden Ja, ja, so ist das Ich hab's doch gefunden Ein Huch auf die Digitalisierung wenn gerade kann man verkaufen spielt keiner mehr nicht so schlimm nicht so schlimm ich muss mal wieder plexi zocken hier ja man was kann ich denn da anrichten einmal zerstören wir machen jetzt mal eine zerstörer runde das sage ich jetzt so einfach so und dann passiert nichts der feind nähert sich blöd läuft schon mal ein arschloch erledigt gern geschehen kein problem blendgranate ich hab angst der für den film hier die regie nicht hören sehen sagen wollen sie hat er mich noch gesehen hat er mich nicht gesehen hat er das hat er nicht hat er ja was das denn einer nein der läuft mir eigentlich noch ins kopf und ich zog weg scheiße ich warte nur darauf dass da jemand hochkommt ich warte nur darauf dass da jemand hochkommt hinter mir müsste eigentlich selbst einer scheiße die schießen auf mich ne echt ich hab gedacht die lassen sich verschulden was ist das denn was können die denn sowas machen sind die haben Am Schrotplatz? Wer ist da? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Heut, nimm ich. Schon ein bisschen arg Respekt gerade hier in der Gegend. Ist schon ein hartes Pflaster. Ich merke irgendwie gerade, dass die anderen alle... Da kommen meine Kollegen. Das heißt, es dauert nicht mehr lang und ich werde Besuch hier haben. Sag ich doch. Arschflugkörper bereit zum Start. Arschflugkörper bereit zum Start. Scheiße, Alter. Das war auch scheiße. Ich habe falsche Reihenfolge gemacht. Schnell, 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 gib Gas. Gib Gas, Alter, gib Gas, Alter. Schnell. Schnell, 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 schnell. Nein. Hä? Als Feind markiert, Alter. Was ist da los? Huf. Naja. Hau da noch. Wie toll der draus, ne? Wo sind sie alle? Da sind sie alle. Luftangriffsziel markiert. Drei, drei, vier, die Position. Hm. Wer ist jetzt tot? Der kommt schon rum in die Ecke, Alter. Ja, 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 ja. Das ist eine gute Runde, Alter. Das ist eine gute Runde. Seidens für mich. Aufpassen. Aufpassen. Riefbarschen. Nein, und er legt sich noch hin, Mann, äh. Oh, Fünferabschluss, ja? Wie schältschneint? Ja, alles was geht. Alles was geht. Alles was geht holst du. Ja, 93, 94, 94, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 96, 95, 95, 95, 95, 96, 97, 97, 97, 90, 98, 99, 96, 99, 96, 98, 96, 96, 94, 97, 98, 97, 71. alter sauber gute arbeit die g das ist wahrscheinlich schön aufgenommen perfekt 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 1a siehst du zerstörung mit ankündigung so macht man das so wird dann heutzutage macht er doch immer gut gegangen mit schlecht was macht man machen wir jetzt ja feierabend das ist gut genug um abzuwinken und ja kommen wir mal nächstes mal vielleicht auf youtube bis dann